Ich habe natürlich wieder das gleiche Ziel wie in allen Jahren, als ich teilgenommen habe, dass ich das Rennen möglichst weit vorne beenden kann. Am liebsten natürlich wieder den Sieg von letztem Jahr wiederholen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020